Hallihallo und herzlich willkommen zu einer ganz niegelnagelneuen Folge Losberg hier im Landwirtschaftssimulator 17 und ihr seht schon wir haben alles angeworfen wir sind gerade am Kartoffelernten und machen auch direkt weiter weil wir in der letzten Folge angefangen haben wenn ihr das noch nicht gesehen habt könnt ihr es natürlich gerne noch anschauen so genau wir haben auch schon 60% wobei das nicht ganz realistisch ist weil wir am Anfang relativ schnell Prozent bekommen das ist schon realistisch aber das ist eben so das habe ich in der letzten Folge schon mal erklärt dass das am Füllstand wahrscheinlich gemessen wird also umso mehr Kartoffeln mehr haben umso mehr Soll-Füllstand sollen wir auch bekommen und wir setzen uns einfach noch mal rein damit ihr das auch mal seht genau übrigens ich steuere jetzt wieder mit der Tastatur nicht mehr mit dem Lenkrad, da es so gewohnt schön ruhig war weil das Lenkrad kaputt ist das habe ich jetzt zurückgeschickt an den Händler und jetzt schauen wir mal wann ich mir ein neues kaufe weil ich muss mich da auf jeden Fall nochmal informieren ihr kennt es vielleicht aus der letzten Folge Thüringer Oberland müsste es gewesen sein da habe ich ein bisschen mit der Einstellung gespielt habe dann gemerkt dass das Gas und das Bremspedal also beide Pedale einen Wackelkontakt haben ja finde ich jetzt auch nicht ganz so optimal da ich das ganze System erst seit Weihnachten habe und das eigentlich immer ganz gut fand durch die ruhigen Lenkbewegungen und es hat auch am Anfang alles super geklappt aber dann schon im Januar wurde es dann schon schwammig insgesamt alles hatte irgendwie leichten Verschleiß und jetzt habe ich gerade das höchste in der Etikett vor mir liegen zwei Monate später nicht mal zwei Monate ins Grund habe ich es jetzt glaube ich noch nicht mal drei Monate da sollte man noch dran arbeiten ihr kennt das Lenkrad ja aus der Equipment Folge oder falls ihr es noch nicht gesehen habt würde ich natürlich gerne noch anschauen ich glaube die müsste unten verlinkt sein in der Box genau und dann seht ihr welches das war also ich empfehle es jetzt natürlich nicht mehr weiter da es nicht mehr funktioniert ich werde mir auf jeden Fall ein anderes kaufen nicht wieder dasselbe so stur bin ich nicht sondern da werde ich mich umschauen habe ich auch gehört dass das Sightech Lenkrad also das Logitech Lenkrad das läuft jetzt unter Logitech Sightech also das LS Lenkrad also das für den LS gibt ich glaube für den LS sind es noch gar ganz draußen aber LS 15 und das soll anscheinend auch nicht so gut sein weil das Ganze auch immer wieder kaputt geht viele behalten dann nur das Sightenpanel also wo die ganzen Prennverbrauch sind aber nicht das andere weil das anscheinend auch nicht so robust ist und wir sind jetzt hier im zweiten Teil von drei Teilen wahrscheinlich von der Erntemission des Kartoffelbeetes und ja schauen wir jetzt mal wie viel wir heute schaffen fertig werden wir wahrscheinlich nicht da wir doch sehr sehr weite Runden sind und wir glaube ich für eine Runde mindestens drei Minuten brauchen und dann halt immer nur zwei Meter oder drei Meter haben so wir haben immer noch 46 Minuten Zeit ich weiß nicht ob das auch so knapp gemessen ist wie die anderen Losberg ja die anderen Losberg äh Missionen wir sind ja jetzt hier mit dem kleinen Randstreifen fast fertig und da vorne geht es natürlich noch ordentlich zur Sache und den Randstreifen werden wir in dieser Folge auf jeden Fall noch beseitigen aber fertig das wäre dann schon sehr schwer und das mit 10 kmh ich zeige dir die Maschine auch nochmal von außen so sieht das Ganze aus Primmel Tektron 415 eine Hightech Maschine die nur Hightech Bauern haben so wie dieser her der hat mir die zur Verfügung gestellt damit ich das Feld machen kann damit ich das Feld machen kann so so das ist anscheinend Hightech Bauer also sonst kaufe man sich nie einfach mal so eine Kartoffel Erntemaschine das hat nur für eine Fruchtsorte für weiß nicht was war das 400.000 Euro ungefähr aber natürlich ist das Ganze sehr sehr schön simuliert hier mit den Kartoffeln wir setzen uns auch gleich mal wieder rein dann machen wir das Ganze aus der Perspektive so wie es ein Fahrer sehen würde haben hier auch anscheinend eine Audioanlage drin dann einige Displays die uns mit der Überwachung helfen die natürlich hier im LS nicht funktionieren die bei Kettle und Kops dann vielleicht funktionieren weiß ja niemand so genau das müsste jetzt auch bald rauskommen auf jeden Fall in der äh wie nennt man das in der Beta-Version und was mir die letzte Mission auch schon gestört hat die letzte Folge auch schon gestört hat was mir aufgefallen ist dass unten auf unserer Minimap wenn ihr da mal drauf schaut dass dieses Feld wo wir gerade drauf sind auch als das gezeichnet wird wie ob es an uns gehört aber das glaube ich nicht weil der wird uns das Feld nicht einfach schenken am besten wärs wenn er uns die Maschine direkt dazu schenkt und zwar mal 400.000 Euro oder verkaufen die dann und verkaufen uns dafür ganz viel Wichtiges zu machen hoffentlich sind es auch nicht so wichtig es gibt auch einige Leute für 90.000 Anhänger der das ganze auch macht dann muss man halt nur davor das Kraut entfernen und dann das ganze machen so jetzt haben wir hier schon ein bisschen ausgefranst das ganze gut ist dass man mit der auf der Stelle wenden kann ich glaube wir schaffen das eh nicht ganz dann können wir das hier schaffen ja doch die Reihe lassen wir uns zwar stehen aber wir schaffen das hier hoffentlich gar noch ein paar kleine Überreste die Hälfte haben wir ja jetzt auch schon geschafft bisschen über die Hälfte und ich denke mal mehr als eine dritte Folge wird das nicht beanspruchen auch wenn mir da irgendwas mit 61 Minuten insgesamt angezeigt wird ja das ist ja ich sag jetzt mal es sind 15.30 45 60 ja es sind 4 Folgen 4 Folgen so so jetzt haben wir hier live aus dem Popradio FM Green Sunshine oder sowas war das Lied das hab ich schon wieder vergessen dann sind wir schon wieder weggegangen und eigentlich die LS Musik ganz angenehm schaut auch direkt so aus wie ob der direkt röbert aber das ist noch nicht röbert man sieht wenn man genau hinschaut noch so ja ein paar Reste quasi röbern sich dann nochmal anders aus das ist nur die Walze die ist ganz außen und da vorne ist also eine Walzfrau hat unter dem Boden so ja so Da hat's auch grad Führerschein ja, hab ich jetzt ja schon zwei Fahrstunden gehabt insgesamt. Jetzt hier nochmal reinfahren, aber wir müssen auf jeden Fall diesen kleinen Zufahrt nochmal, und nehmen wir das Ganze noch mit bis zum Ende, also nicht den kleinen Stück da hinten, aber bis zum Ende nochmal eine 180 Grad Drehung, das ist ja mit dem Gerät kein Problem. Jetzt drehen wir einfach mal auf der Stelle 180 Grad, aufgrund der Rühgeräder die hinten verbaut sind, das sind einfach so völlig drehbare Lenkfeder und vorne sind einfach nur so Walzen verbaut, das ist natürlich schon von Vorteil. Ich hab mir jetzt auch einen Greenscreen gekauft, der hinter mir aufgebaut ist und auch eine Lampe, aber das funktioniert noch nicht so ganz, ich muss den Greenscreen erst noch bügeln, damit das Ganze problemlos funktioniert. Die Webcam kennt ihr ja schon von dem live gestreamten Stream, ich würde jetzt wie in Scope sagen würde, den ich vor zwei Wochen gemacht habe, ungefähr. könnt ihr euch natürlich auch noch anschauen, wie es irgendwo bei den Videos zu finden, da steht ja auch auf Livestream. Genau, vielleicht fangen wir bald noch ein neues Projekt an, und zwar dass wir ein Forstprojekt starten, das kann ich aber noch nicht versprechen, und da wollte ich dann versuchen, das Ganze, also nicht einfach nur ein normales Forstprojekt, sondern diese Idee hat mir das Video von Nordrhein TV Play, schöne Grüße auch an euch, falls ihr euch das anschaut, gegeben, und da war drin, dass man quasi versuchen könnte, das Ganze so zu machen, dass man nur Förderbänder verwendet, also vom Wald bis, ja, bis irgendwo hin, wo es halt dann abgeladen wird, das wäre in diesem Fall, ja, da wo man den Häcksel dann muss man quasi nur noch die Bäume fällen in den Häcksel rein, und das Ganze bekommt man dann ein paar Minuten später auf sein Konto gebucht. Das würde ich dann natürlich zum Anreiz nehmen, dass wir das Nordrbaldcast Valley machen, weil da das Ganze, die ganze Angelegenheit wirklich schwierig ist. Da gibt's Steigungen, und ja, und es wäre dann auch mal eins auf der Original-Map, die schon von vornherein dabei ist. Genau. Drei Viertel haben wir jetzt geschafft. Zwei Viertel haben wir auf jeden Fall noch. Zwei Viertel haben wir auf jeden Fall noch. Damit wir das fertig bekommen. Sonst müssten wir jetzt Formel 1 fahren. Und das würde mit diesem Gerät nicht funktionieren, ja, weil das bestimmt, weiß nicht, fünf bis sieben, acht, neun, zehn Tonnen, vielleicht sogar noch mehr, zwölf, fünfzehn Tonnen wiegt, das kann man schlecht eins schätzen. Natürlich sind jetzt auch noch mal 17, ach, ne, da müssen wir natürlich umdenken. Da sind allein schon 17 Tonnen Kartoffeln drin. Und da hab ich mich nur ein bisschen vertan. So. So. Diesen Teil haben wir schon noch. Würde ich sagen, dass wir jetzt gleich am Ende dieser Folge angekommen sind. Da fangen wir noch eine Runde, und haben dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne noch machen. Das ist absolut kostenlos, direkt unter diesem Video, der rote Knopf. Die meisten von euch wissen das bestimmt sowieso. Dann verpasst ihr kein weiteres Video, werdet immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Das ist natürlich bei mir fast jeden Tag. Oder sonst könnt ihr auch einfach eine positive Wertung da lassen oder Tipps und konstruktive Kritik unten in die Kommentare, direkt unter diesem Video schreiben. Und bis dahin würde ich dann sagen, seid kreativ, bleibt gesund und ciao!